Und Action! Es geht so... Hey, guck mal! Es läuft halt alles an der Seite runter, oder? Hab ich was auf den Schuhen? Nee, nee. Es geht schon. Ja, du machst viel zu viel! Aber es kommt schon oben, kommt es wieder raus. Ich frag mich, wer dann da auf die Presse fliegt hat. Du, Julian! Ja, ich doch. Oh, der riecht so Pommes. Gleich haben wir es! Apfelsaft ist fertig! Oh, da ist noch die Pommes drin. Ich kann nicht mehr. Ja, wir haben... Nee! Nee! Ja, fast! Moment, leerst doch mal aus! Nicht auf die Treppe! Nimm mal den Schachtelhalm hier raus! Schau! Der Maus jetzt! Du Pfotze! Schau dir mal das an! Was denn? Ja, alles auf die Schuhe! Hier unten! Hier unten! Irgendwann hier oben! Das steht sogar noch da drin! Ich kann doch mit Doppel-Style, wie die immer hinten in der Grieche stehen, weil die ganzen Schuhe rutschen! Ich kitt, ey! Ja, haus weg, oder? Das, was drin ist! Vor allem, was ist denn das? Pommes, oder? Ich kitt! Ja, und jetzt? Ja, weiß nicht! Weil... Das ist voll! Es steht bis oben drin! Ja, stell's irgendwo hin! Da regn's doch noch rein und dann... Ja, dann kacke Arsch! Ey, wirf's auf's Dach! Hahaha! Wirf die Flasche auf's Dach! Oh nein, der Hexe kann ja ausgehen! Das stimmt ja! Ey, gebt euch das mal! Der ist still! Stellt die Flasche einfach hin und lässt sie vollrecken! Hahaha! Wollt ihr ein bisschen fliegt hier, oder was? Ja! Ich zeige ihn! Ich dachte, was ist denn verklebtiert? Nein, Mann! Heiß! Nur wenn's brennt! Ja! Wollten wir's anzünden? Ach! 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 Wir Helden, ey! Seit wann machst du das, Heiko? Seit wann machst du das? Äh, klar!